Ja, hallo, ich bin auf der Suche nach Officer Michael Donnelly. Ich habe bereits mit dem Wachhabenden gesprochen und mit zwei Einsatzleitern. Ich kenne bald die halbe Polizeibehörde mit Namen. Der Mann kann doch nicht so ohne weiteres vom Erdboden verschwunden sein. Dankeschön, Michael Dunn. Michael Donnelly. Ja, richtig. Wollen Sie wirklich behaupten, dass es bei Ihnen niemanden gibt, der eine Ahnung hat, wo dieser Mann steckt? Nein, danke, darauf kann ich verzichten. Falls Sie Officer Donnelly suchen, er ist hier. Wirklich? Er war in Eile. Er ist vor ein paar Minuten gekommen. Wissen Sie zufällig, wo er hin ist? Suite 116, soviel ich weiß. Vielen Dank. Was dieses Versteckspielen nun wieder soll, würde ich zu gern erfahren. Hallo. Guten Morgen. So was? Dich hatte ich hier überhaupt nicht erwartet. Normalerweise wäre ich auch nicht hier, aber ich habe eine anonyme Einladung zum Frühstück erhalten. Wie es scheint, habe nicht nur ich eine bekommen, oder? Tja, sieht ganz so aus. Ich habe nämlich auch eine bekommen. Soll das ein Komplott sein? Hast du eine Vermutung, wer dahinter steht? Ich wüsste jemanden, aber es scheint mir schwer vorstellbar. Sisi? Darf ich fragen, was euch beide schon so früh zusammenführt? Wir dachten, du hast eine Erklärung dafür. Hast du vielleicht auch eine Einladung zum Frühstück und weißt nicht woher? Um ehrlich zu sein, ja. Und ich dachte, du würdest dahinter stehen. Offensichtlich nicht. Sie tappt doch genauso im Dunkeln wie du. Dann willst du uns einen Streich spielen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich für meine obskuren Spielchen bekannt bin. Aber die finden nicht zu dieser Uhrzeit statt und nicht auf leerem Magen. Sophia? Danke. Dann bleibe nur noch ich übrig. Guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Augenblick mal, bist du dafür verantwortlich? Das war zwar ein bisschen hinterhältig von mir, aber ich weiß nicht, wie ich euch drei sonst an einen Tisch kriegen soll. Wieso konnten wir uns nicht zu Hause treffen, Kelly? Nein, ich wollte dieses außergewöhnliche Treffen des Clans auf neutralem Grund veranstalten. Klingt etwas merkwürdig. Finde ich auch. Nimm Platz. Okay. Sobald ein Mitglied dieser Familie eine Ankündigung macht, ist eine Katastrophe zu erwarten. Es ist keine Ankündigung. Es geht hier um eine Sache, von der ihr im Grunde schon wisst. Worum geht es denn nun? Um Aussöhnung geht es. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, Daddy, unsere Familie ist auseinandergebrochen. Und wir versammeln uns heute Morgen, um sie wieder zusammenzuschweißen. Also, sie wollten dieses Treffen. Können wir nun beginnen? Wo ist denn ihr Partner? Mein Partner hat keine Zeit. Die Lieferung wird heute Abend erwartet. Dann sind wir im Geschäft. Davon kann keine Rede sein. Rufen Sie mich an, wenn Sie Ihre Meinung finden. Sind Sie und Ihr Geschäftsfreund eigentlich immer so kooperativ, Mr. Mendez? Und sind Sie immer so unprofessionell, Mr. Dieter? Jede Verhandlung hat doch ein gewisses Maß von Geben und Nehmen zum Inhalt. Ein intelligenter Geschäftsmann weiß, dass nicht immer alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Aber wie kann man nun dem anderen eine Sache schmackhaft machen? Und wenn man etwas Honig hinzufügt, lässt sich das oft erreichen. So einfach ist das. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich fragen, womit ich das verdient habe? Ich finde, eine verurteilte Frau hat eine herzhafte letzte Mahlzeit verdient. Wie freundlich. Du bringst ja heute den Sonnenschein zu mir. Ich würde es mal so sagen. Ich bin nicht gerade begeistert, dass du Romeo wieder triffst. Ach, ich bin sowieso schon zu weit gegangen. Ja, ich vermute, du wirst dieses Mal nicht davon kommen, wenn du ihn schlägst. Er wird auf alle Fälle vorbereitet sein. Aber vielleicht gewinnst du ja, wenn du brav deine Cornflakes isst. Vielleicht aber auch nicht. Was soll das heißen? Ich will wissen, woran ich bin. Hör auf, drum rumzureden, ja? Du bist gut in Form und hart im Nehmen. Ich weiß. Was aber nicht bedeutet, dass ich keine Angst hätte. Auf alle Fälle ist es zu spät, sich davon zu schleichen. Das Zimmer, Mädchen? Das weiß ich nicht. Hallo, Flame. Guten Tag, Cassie. Hatten Sie mich nicht verstanden? Und Sie mich? Ich sagte doch, dass ich antworten will. Entweder Sie rücken mit der Sprache raus, was mit Dieter abläuft, oder ich sorge dafür, dass C.C. und Mason sich von dem Handel zurückziehen. Was meinen Sie, ob unser Freund dann den Braten riechen wird, Michael? Äußern Sie sich bitte. Oder ich werde dafür sorgen, dass die Farce, die Sie hier aufführen, in Kürze platzt und Ihnen um die Ohren pflegt. Untertitelung. Lieber Mr. Nichols, es ist mir ein Bedürfnis, Sie folgendes wissen zu lassen. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Hört sich ja wie ein Geschäftsbrich an. Jeder Mensch macht hin und wieder einen Fehler. Es ist hoffnungslos. Die Zeitung! Die Zeitung! Hier kommt deine Morgenzeitung! Legen? Was fehlt dir ein? Du solltest dir das hier mal ansehen. Ach, wieso müssen die das auf der ersten Seite bringen? Tja, die Nachricht ist ein ziemlicher Hammer und du hast wohl auch dazu beigetragen. Was ich gemacht habe, war ein gewaltiger Fehler. Du hast dir da schon was geleistet. Glaubst du, ich habe es absichtlich gemacht? Also, um ehrlich zu sein, Mutter, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was du dir dabei gedacht hast. Entweder hat Dash Flame angegriffen oder nicht. Wie kannst du dich in der Beziehung nur so irren? Manchmal siehst du das, was du sehen willst oder das, was du erwartest. Oh Gott, ich kann wirklich nur hoffen, dass er das gut übersteht. Warum denn? Wieso sagst du das? Er hat vielleicht keine Schuld, was diese Gewalt hat, angeht. Aber wie war das denn bei Julia? Wer wird als nächstes dran glauben? Du vielleicht? Nichols wegen täglicher Bedrohung festgenommen und wieder freigelassen. Ich kann dir gar nichts sagen, wie leid es mir tut. Du hast keine Schuld, Mann. Aber du hast es einfach nicht verdient. Seit wann bekommen wir, was wir verdienen? Mein Telefon hat schon vor Sonnenaufgang wie verrückt geklingelt. Die Leute hier sind einfach verunsichernd. Mir sind die Hände gebunden. Entweder gehst du oder ich verliere den Liegeplatz. Dann muss ich das Boot woanders hinbringen. Es hat Spaß gemacht, es in Ordnung zu bringen. Es ist ja nur vorübergehend. In kurzer Zeit ist alles vergessen bestimmt. Dann werden wir in der Lage sein, irgendeine Vereinbarung auszuarbeiten. Du bist ja schließlich nicht wirklich schuldig, Dash. Du hättest den meisten hier was anderes sagen können. Die würden schnell dahinter kommen. Und zwar beim nächsten Mal. Es wird etwas passieren, weil immer irgendetwas passiert. Wenn sie dir erstmal auf den Fersen sind, kommst du nicht mehr davon. Aber keiner von den Vorwürfen gegen dich trifft zu. Das spielt keine Rolle, weil es immer eine Frage der Interpretation ist. Ich muss gar nicht aus der Rolle fallen. Ich muss mir gar nicht zu Schulden kommen lassen. Es muss nur einer sagen, er war's. Dash. Was kann ich denn nur für dich tun? 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 Konnten Sie den Ding nicht Ihren Lauf lassen? Mussten Sie sich denn unbedingt selbst davon überzeugen? Ihre Informationen sind nicht besonders aufschlussreich gewesen. Woher wussten Sie, dass wir hier sind? Sie sind nicht so leicht zu verwechseln, sogar wenn Sie Verkleidung tragen. Sie hat dich vor ein paar Tagen hier im Zimmer beobachtet. Was weiß sie sonst noch? Jedenfalls nicht genug. So viel ich weiß, machen Sie Geschäfte mit Dieter. Zur gleichen Zeit handelt Mason einen millionenschweren Vertrag mit diesem Mann aus. Von dieser Transaktion hängt sehr viel ab, um es zurückhaltend auszudrücken. Und meine eigene Zukunft ist davon auch betroffen. Soll ich einfach so tun, als wäre nichts und mich zurücklehnen, während Sie über unsere Köpfe hinweggeschäfte machen? Ich bitte Sie, vertrauen Sie mir. Warum sollte ich das? Weil ich Mitarbeiter der Polizei bin. Cassandra, darf ich bitte eines bemerken? Ich weiß, dass Michael weder Ihnen noch den Capwells schaden will. Solche Worte aus dem Munde einer Frau, der Verbrechen vorgeworfen werden, die für mehrmals lebenslänglich ausreichen würden, bedeuten mir naturgemäß nicht sehr viel. Aber hey, wenn Michael nicht reden will, werde ich Sie ein bisschen ausquetschen. Was wissen Sie also, wer ist diese Chantal Guterres? Guterres. Weshalb tun Sie so, als ob Sie diese Frau wären? Und was hat das darüber hinaus mit Dieter zu tun? Ach, wie nett. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass hier eine Kostümparty stattfindet, hätte ich mich auch verkleidet und würde als Clown auftreten. Was ist hier eigentlich los? Miss Lockridge interessiert sich für Chantal Guterres und ihre Verbindung zu Dieter. Und nicht zu vergessen, deren Verhältnis zu Ihnen dreien. Nun ja, es wäre gut, wenn sie es von uns selbst zu hören bekommt. Ich bin mit dieser Idee nicht einverstanden. Ich glaube, sie hat schon das Recht, es zu erfahren. Das finde ich auch, ja. Na schön, dann fahre ich mit ihr auf das Gelände raus und erkläre ihr genau, was wir dort vorhaben. Aber sie wird doch dann sicher, na gut, wie du willst, deine Entscheidung. Wenn dir natürlich etwas Besseres einfallen sollte. Doch, doch, lassen Sie uns gehen. Wir halten die Bestellung, solange ihr weg seid. Gut, ich gehe. Verdammt nochmal. Ich wundere mich, dass sie Ihnen das so schnell abgekauft hat. Das wird auch nicht lange anhalten. Und wie kommen Sie zurecht? Besser, besser als gestern jedenfalls. Haben Sie Dieter gesehen? Ja, die Waffen treffen heute Nacht ein. Gut, dann steht dem Austausch nichts mehr im Wege und weiter? Dann schieben wir unter unseren Freund eine Stange Dynamit, zünden sie an und beobachten das Feuerwerk. Die Verwandten noch antun, bevor du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen. Legen? Ich habe für seine Verhaftung gesorgt. Es stimmt, ich habe ihn verteidigt, aber jetzt hat er mehr Ärger als vorher. Es geschieht ihm recht. Wo willst du denn hin? Halt dich da raus! Wie soll das noch enden, Mutter? Wie weit gehst du denn noch in Richtung Abgrund, bevor du aus deinem Traum aufwachst? Oder gehst du absichtlich darauf zu? Für mich ist klar, was der erste Schritt sein muss. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen. Das funktioniert nicht. Worüber sollten wir uns sonst amüsieren? Außerdem sehen wir uns zu selten. Bitte, ja? Ähm, Kelly spricht da etwas sehr Wichtiges an. Etwas, das längst überfällig ist. Und ich wünschte, ihr beide würde zuhören. Da musst du schon ein bisschen konkreter werden. Wie stellst du dir das vor? Ich habe lange darüber nachgedacht. Und, ähm, was ich mir als erstes wünsche, ist, ihr stoppt die Verhandlungen mit Dieter. Diese Art von geschäftlichen Entscheidungen musst du uns überlassen. Mason, du weißt doch so gut wie ich, dass dieser Dieter keiner ist, mit dem man Geschäfte macht. Aber Dad darf das! Könnt ihr euch nicht gegenseitig eine Chance geben? Da müsste jeder von uns schon fünf Millionen Chancen kriegen. Wer mindestens eine Chance verdient hätte, wäre Mama. Wann hört er auf, sie zu bestrafen? Nein. Sie kann nicht für Idens Tod verantwortlich gemacht werden. Wir anderen auch nicht. Aber wir tragen füreinander Verantwortung. Ja, jetzt besonders nach Idens Tod, weil sie die einzige war, die die Familie zusammengehalten hat. Wollt ihr denn, dass unsere Familie vielleicht noch vollkommen auseinanderfällt? Nein, dazu lasse ich es nicht kommen. Ich will in keiner Weise deine einleuchtende Theorie in Frage stellen, aber die Theorie ist eine Sache und eine andere die Praxis. Weißt das, dass du weder willens noch in der Lage bist, dich zu ändern? Das habe ich inzwischen von dir gelernt. Gut. Ich glaube, deine Idee hat keine Zukunft. So ein Quatsch. Du und ich, wir alle brauchen eine Familie. Gegen wen könntest du dann sonst rebellieren? Ein Krieger kann nur so stark sein, wie der Gegner es zulässt. Dein Krieg, wie du es nennst, hat dich ungenießbar werden lassen. Werde nicht so verletzend. Dasselbe gilt auch für dich, Daddy. Wie oft hast du schon behauptet, du würdest alles zugunsten der Familie aufgeben. Und nun wendest du dich von Mama ab. Was soll das? Ich hätte mein Leben hergegeben, wenn ich da für ihn zitterte. Das hätten wir alle getan. Darum geht's nicht. Was du getan hättest, ist nicht von Interesse. Worum geht es denn, deiner Meinung nach? Du hast doch auf alles eine Antwort. Was machen wir nun wieder falsch, mein Junge? Ja, worin besteht unser Fehler denn nun schon wieder? Wir schlagen aufeinander ein und ich verstehe nicht, wieso. Weil wir aus Erfahrungen gelernt haben, Kelly. Pass auf, wer in Kriegszeiten den Erstschlag führt, hat die besseren Chancen zu überleben. Wir Keppels weiden uns an Verrat und Hass. Beim ersten Anzeichen von Vertrauen und Mitleid ergreift uns panische Angst. Ich befürchte, dass auch weitere tausend Frühstücksverabredungen daran nichts ändern werden. Einen Versuch, was wirkt. Ja, das war ein lobenswerter Versuch. Aber ich hätte dir vorher sagen können, dass es nicht klappt. Katharina, haben Sie sich überlegt, ob Sie mich heute Nachmittag unterstützen können? Ich bin sicher, mit Ihrer Sprachbegabung können Sie mir behilflich sein, wenn ich nachher zusammen mit Mason und C.C. die Einzelheiten unseres Vertrages bespreche. Herr Dieter, ich... Das würde Sie bestimmt gern tun. Es wäre eine gute Erfahrung für Sie und ich brauche jemanden, der sich um meine Interessen kümmert. Danke, Helmut. Ich bedanke mich, dass Sie ihr soeben die Erlaubnis gegeben haben. Aber eigentlich hatte Katharina vor, nur mich zu unterstützen. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Seien Sie doch bitte nicht so unruhig. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie ein einziges Nervenbündel sein, wenn Dieter anruft. Nein, nein. Das bin ich jetzt schon. Trotz allem freue ich mich, dass Sie hier sind. Ja, kein Problem. Vielleicht haben Sie ja auch Ihre Meinung über mich geändert. So ist es etwas schon. Nicht sehr? Naja, einen Kurzschluss in meinem Gehirn haben Sie nicht gerade verursacht. Aber ich muss Ihnen zugestehen, Sie haben Mut. Sie sind eben nicht der Einzige, der bei dieser Sache großen persönlichen Einsatz zeigt. Das sehe ich auch so. Ich hatte bislang immer die Vorstellung von Ihnen, dass Sie nur darauf aus sind, Ihren Hals zu retten. Da liegen Sie gar nicht mal so falsch. Aber es steckt mehr dahinter, denn Sie hatten es in der Hand, das Spiel zu beenden, als es ungemütlich wurde. Das bedeutet, Sie sind entweder tougher, als ich geglaubt habe, oder schlicht verrückt. Ich werde es noch herausbekommen. Es ist ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Ich habe gedacht, es wäre an der Zeit, dass ich mich auf etwas einlasse, das ein bisschen mehr Beständigkeit verspricht. Ich habe viele Jahre meines Lebens damit vergeudet, nach Abkürzungen zu suchen, um damit schneller ans Ziel zu kommen. Doch in Wahrheit entferne ich mich nur immer weiter weg von meinem Traum. Wenn ich nicht gleich wieder rausgeworfen werde, dann würde ich gern ein bisschen länger an diesem Fall arbeiten. Genießen Sie erst mal die Gegenwart. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Oh, ich verstehe. Sie sollen wissen, dass es mir sehr leid tut, dass Eden nicht mehr am Leben ist. Ich will nicht so tun, als ob ich genau wüsste, was Sie jetzt durchmachen, aber ich weiß schon, wie es ist, jemanden zu verlieren. Obwohl Quinn und ich nie so ein Paar waren wie Sie und Eden. Ich werde jetzt mal nach meinen Kindern sehen. Wenn Sie mich anrufen wollen, Sie haben ja die Nummer. Ich bin in einer Stunde zurück. Okay, danke. Nicht der Rede wert. Nicke ist festgenommen und wieder freigelassen. Oh nein. Hast du Cassie gesehen? Nein, aber sie muss sich hier irgendwo auf... Ich glaube nicht. Ich habe überall herumtelefoniert, um sie aufzuspülen. Sie hat die überarbeiteten Verträge für den Verkauf. Wenn sie nicht kommt, gibt's keinen Vertrag. Bei allem Respekt, meine Herren. Aber Geduld gehört nun mal überhaupt nicht zu meinen starken Seiten. Und nach meinen entscheidenden Zugeständnissen kann ich nun leider nicht mehr länger warten. Ich hatte mir schon gedacht, dass es schlimm wird. Aber so schlimm nun auch wieder nicht. Tja, glaub mir. Meine Idee war das nicht. Die feinen Herrschaften von der Marina haben sich überlegt, dass sie nicht so gern mit einem Psychopathen zusammenleben wollen, der alle paar Wochen in ein Gefängnis kommt. Naja, im Grunde kann ich sie verstehen. Sie werfen dich hier raus? Harry hatte keine andere Wahl. Entweder er wirft mich raus, oder er verliert den Liegeplatz. Was könnte ich denn tun? Sag's ehrlich, was kann ich tun? Wäre ich nicht gewesen, hättest du jetzt nicht diesen Ärger. Es war bloß eine Zeitfrage und du warst dabei nur ein Vorwand. Ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich bin sogar froh darüber, dass es vorbei ist. Ich würde gern von dir hören, was letzte Nacht genau mit dir passiert ist. Was? Du weißt es doch. Findest du es nicht auch ein bisschen eigenartig, dass dein Name in der Morgenzeitung nicht einmal erwähnt wurde? Es sieht so aus, als ob jemand die Ermittlungen gegen mich forciert. Ich frage mich, wer das sein könnte. Das muss ich mich natürlich auch fragen. Aber mal abgesehen davon, wie erklärt sich dein neues Aussehen? War es nicht unheimlich schwer, den Angreifer der Polizei zu beschreiben? Natürlich. Wem hast du es noch erzählt? Am Cruise Michael. Würdest du mir bitte einen Gefallen tun und die Person für mich beschreiben? Wieso denn? Die Polizei untersucht das doch alles. Für die Polizei scheint das offensichtlich nicht vordringlich zu sein. Wer sieht denn verdächtig aus, solange dieser Kerl nicht gefasst ist? Natürlich immer ich. Ich kann es einfach nicht ertragen, dass mir noch ein Vergehen in die Schuhe geschoben werden soll. Ich regle das jetzt allein und ich werde diesen Typen verfolgen. Nein, tu es nicht. Wieso? Warum denn nicht? Weil ich alles so schnell wie möglich hinter mich bringen möchte, Dash. Denkst du, ich will das mit mir rumschleppen? Ich kann das eben auch nicht so einfach wegstecken. Meine ganze Umgebung denkt, du wärst von mir überfallen worden. Ich bin damit genauso zum Opfer geworden wie du, Flame. Ich weiß. Mazu, es tut mir leid, ich werde mich schon wieder beruhigen. Du bist nämlich die Einzige gewesen, die die ganze Zeit immer an mich geglaubt hat. Ich habe langsam genug, ständig nur zu verlieren. Ich fühle mich als Verlierer, denn ich stecke immer nur ein. Ich stecke ein, ich stecke ein. Also ich habe es endgültig satt, ein für alle Mal. Ich will kein Verlierer sein. Dürfte ich erfahren, was Sie mit dieser Tour bezwecken? Wir fahren stundenlang in der Gegend rum und Sie haben mir bislang überhaupt nichts gezeigt. Und dazu ignorieren Sie auch noch hartnäckig meine Frage. Ich habe da so eine komische Ahnung. Warum? Diese Geschichte macht mir genauso wenig Spaß wie Ihnen, aber Sie haben mir keine andere Wahl gelassen. Heißt das, dass ich gekegnet bin? Bleiben Sie ruhig. Hören Sie doch Radio, wenn Sie wollen. Oder machen Sie ein Nickerchen. Denn es wird schon eine Weile dauern. Eins war gerecht. Friedensangebot von Sitting Bull. Ich würde das an Ihrer Stelle nicht riskieren. Es sei denn, Sie wollen die 19 Kilometer zur Stadt zurücklaufen. Zwei senkrecht Bambis, Mutter. Zwei senkrechtcard Herr Rhein. Was gibt's Neues? Danke, gut. Und Ihnen... Ich habe keine Zeit für Smalltalk. Ja. Ist schon raus, wann die Waffen kommen? Sie sollen heute Abend eintreffen. Und sind Sie beide bereit? Wir sind ausgezeichnet vorbereitet. Die Lady ist Amateurin. Sie könnte durchdrehen und alles kaputt machen. Das wird sie nicht. Hoffen wir es. Wollen Sie etwa den ganzen Auftrag aufs Spiel setzen? Am Ende sogar ihr Leben? Oder wie sehe ich das? Ich finde eigentlich, dass Flame bislang gute Arbeit geleistet hat. Außerdem sind wir fast fertig. Noch bevor die Tinte trocken ist, lege ich dem Schwein Handschellen an. Oh nein, nein. Das kommt gar nicht in Frage. Wie bitte? Sie werden diesem Mann kein einziges Halk rüben, auch wenn dieser Vertrag unterzeichnet ist. Keine Handschellen, keine Festnahme, gar nichts. Außer einem zufriedenen Vertragspartner. Ihre Tarnung bleibt erhalten. Haben wir uns verstanden? Wollen Sie verreisen? Überraschung, Überraschung. Haben Sie den Champagner mitgebracht? Was? Ach, was soll das? Wo ist der Champagner? Sie wollen doch feiern. Wieso feiern? Sie wissen doch, wovon ich rede. Ich bin offiziell aus der Marina rausgeschmissen worden. Sie haben ihren Wind. Wieso denn? Wieso? Keine falsche Bescheidenheit. Sie haben eine große Belobigung verdient. Sie haben doch wohl nicht ernsthaft geglaubt, dass ich Flame angreifen würde. Ist ja auch vollkommen gleichgültig, weil Sie wussten, dass die Presse mir den Rest gibt. Und Sie hatten Recht. Nein, ich habe einen schlimmen Fehler begangen. Ich bin doch schon als Vergewaltiger abgestempelt. Ist nur eine logische Schlussfolgerung. Es mag vielleicht den Eindruck erwecken, dass ich eine Entschuldigung finden wollte. Sie sehen nur das, was Sie sehen wollen. Das ist die Wahrheit. Möglicherweise. Aber dass es dazu führt, wusste ich nicht. Nein? Ja, aber dann muss doch heute Ihr Glückstag sein. Sie haben, was Sie wollen. Oder nicht? Fahren Sie mich zurück, Michael. Sofort! Sie haben Ihre Chance vertan. Wenn Sie auf meinen Rat gehört hätten, wäre es mir erspart geblieben, Sie aus dem Verkehr zu ziehen. Dann fahrgerecht. Getränk mit drei Buchstaben. Meine Güte, dieser Dieter muss ja ein schwerer Brocken für Sie und Cruz sein, wenn Sie derartig weit gehen. Als ich hörte, dass Flame dabei ist, dachte ich, es handelt sich um einen Witz. Eine besonders ernste Angelegenheit kann es nicht sein, wenn Sie sie hineinziehen. Aber inzwischen denke ich, dass mehr daran ist, als ich am Anfang dachte... Nun hören Sie auf zu bohren. Ich darf Sie nicht einweihen, sonst wäre ja diese ganze Aktion überflüssig. Also gut. Dann verraten Sie mir doch, wie ich Mason daraus kriege. Wenn dieser Dieter wirklich so gefährlich ist, dann kann ich doch nicht erlauben, dass Mason geschäftlich mit ihm zu tun hat. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie schulden Mason gar nichts. Gar nichts. Ich arbeite aber für Mason. Entschuldigt das, wie er Sie behandelt? Er benutzt sie nur. Völlig nach Lust und Laune. Und doch kriechen Sie immer wieder zu ihm zurück. Ich verstehe das nicht. Sie haben doch eine Familie mit liebenswerten Menschen um sich, die sich um Sie kümmert. Wie kommt es bloß, dass dieser Mann eine derartige Macht über Sie ausübt? Tja, für mich ist das nicht so seltsam. Wir verstehen uns sehr gut. Und er kennt mich eben. Ich kenne seine verborgenen Qualitäten. Und überhaupt geht Sie das nichts an. Wollen wir uns nicht lieber über Sie unterhalten? Wie gefällt Ihnen die Arbeit mit Martha, Harry? Wenigstens hat Flame vor ihr Leben zu verändern und das wird Mason niemals schaffen. Fragen Sie doch irgendeine der Frauen, die vor Ihnen dran war, angefangen bei Julia. Sie wollen doch nicht etwa Ihren Platz einnehmen? Und wenn es doch der Fall ist, dann sind Sie sicher, nicht so naiv zu glauben, es gäbe keine neue Cassie, die nicht schafft, auch auf Ehre Ihren Platz einzunehmen. Wie ich meistens arbeitsweise kenne, gibt's diese Frau wahrscheinlich bereits. Sie Idiot, ich habe doch jetzt keine Zeit für so etwas. Ich warte in meiner Suite. Ich gebe Ihnen und Mason eine Stunde, um Miss Benedikt zu finden. Oder unser Geschäft ist geplatzt. Wir sehen uns dann später. Würdest du uns beiden bitte den Gefallen tun und innerhalb einer Stunde Cassie auftreiben, damit wir nicht wieder wie siamesische Zwillinge herumlaufen? Sie haben doch gerade eben den unangenehmen Herrn Dieter beim Telefonieren beobachtet. Er schien etwas verärgert zu sein. Wissen Sie zufällig worüber? Keine Ahnung. Ich wollte ja auch nicht zuhören. Ich konnte nichts verstehen. Wieso ist dieser Mann nur ständig so aufgebracht? Ich denke nicht, dass Cassie mit dem Vertrag in die Karibik verschwunden ist. Aber er verhält sich so, als ob er erwarten würde, dass irgendetwas schiefläuft. Ich komme zu der Überzeugung, dass Sie Recht hatten, was ihn betrifft. Inwiefern? Was seine Vertrauenswürdigkeit angeht. Ich arbeite für diesen Mann. Ich wäre froh, wenn Ihr Vater nicht darauf bestanden hätte, mich in diese Verhandlungen hineinzuziehen. Ich habe keinerlei Ahnung von Geschäften. Was wäre denn, wenn ich irgendeine Stelle in den Verträgen falsch übersetzen würde? Herr Dieter würde mir doch nie verzeihen. Ach, hätte ich nur auf Cruz gehört. Cruz? Katharina, Sie können mir vertrauen. Wir stehen beide auf einer Seite. Wenn mein Schwager irgendwelche Informationen über Helmut Dieter hätte, würde er nicht zögern, sie mir mitzuteilen. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat mich gewarnt, Herrn Dieter nicht zu nahe zu kommen. Er meinte, dass dieser Mann mir gefährlich werden könnte. Bitte versprechen Sie mir, Cruz nicht zu verraten, was ich Ihnen gesagt habe. Gut. Sie werden da nicht mit reingezogen. Und ich gebe Ihnen mein Wort darauf, dass ich herausfinde, was da los ist. Machst du dir Gedanken wegen des Frühstücks? Nein, das habe ich aufgegeben, aber nicht meine ursprüngliche Vorstellung. Ich suche momentan nur nach einem etwas interessanteren Weg, uns wieder zusammenzubringen. Familiäre Verabredungen funktionieren ja nicht. Wenigstens haben wir uns nicht mit Eiern beworfen. Nein, wäre vielleicht keine schlechte Therapie, wenn wir uns gegenseitig mit Pizza bewerfen. Dein Vater und dein Bruder würden sich auch noch zu schärferen Geschossen durchhängen. Ich komme eigentlich immer mehr zu der Erkenntnis, dass es kein erfolgreiches Unterfangen ist, unsere Familie zu versöhnen. Darum habe ich auch was Besseres vor. Heißt das etwa, dass du wieder arbeiten willst? Für Daddy oder für Craig? Craig, du hast doch von deinem Vater Arbeit angeboten bekommen. Dummerweise waren dabei seine Hintergedanken offensichtlich. Will er dich denn immer noch mit Craig verkuppeln? Ich möchte mal eine Zeit lang mit niemandem zusammen sein. Ich habe das Recht, dein Leben nach meinen Vorstellungen zu führen. Ich finde, es ist lange genug von Daddy kontrolliert worden. Weißt du, ich sehe mich schon als alte Jungfer auf seinem Schoß sitzen und dann sagt, er hat alles getan, um mich zu beschützen. Trotzdem solltest du etwas Verständnis für ihn aufbringen. Er ist genauso verletzbar wie wir und leidet möglicherweise noch mehr. Er versucht nur anders darüber hinweg zu kommen. Ja, er errichtet Mauern um sich herum und wird unerreichbar. Das ist wahr, doch er streckt auch seine Hand aus. Du vergibst immer allen Menschen ihre Missetaten. Ich verstehe nicht, wieso du das machst. Du steckst immer nur ein und gibst doch allen so viel Kraft und Mitgefühl. Irgendwann wird die ausgleichende Gerechtigkeit das wieder korrigieren. Das hoffe ich jedenfalls. Also, anstatt Dinge nachzuhängen, die, ich meine, an denen nichts mehr zu ändern ist, versuche ich mich auf das zu konzentrieren, was uns die Zukunft bringt. Hoffen wir, dass wir wieder zusammenfinden. Siehst du, wir verfolgen dasselbe Ziel. Es könnte nur ein bisschen schneller zur Verwirklichung kommen. Ich helfe dir. Das kriegen wir hin. Wir werden die Familie wieder zusammenschweißen. Ich fühle es. Mit Sicherheit könnten wir Dieter heute mit der Ware kriegen und ihn für unbestimmte Zeit einbuchten. Aber anstatt so zu verfahren, um den Mann ein für allemal loszuwerden, ist das Außenministerium der Meinung, dass es besser wäre, ihn laufen zu lassen. Das dürfte Sie kaum was angehen. Hören Sie mal. Seitdem Sie diesen Auftrag haben, verfahren Sie nach eigenem Gutdünken. Von heute an befolgen Sie die Befehle. Wortwörtlich und ohne nachzufragen. Wirklich ein bemerkenswertes Konzept. Hey, wenn Sie das nicht hinkriegen, finde ich schnell jemand anderen. Wusste ich's doch. Also, hier ist das restliche Geld für Dieter, wie versprochen. Bezahlen Sie den Mann nach erfolgter Lieferung und verschwinden Sie so schnell wie möglich. Irgendwelche Fragen? Drew, ich... Ganz wie Sie wollen. Ich erwarte einen Anruf danach. Auf jeden Fall. Dieser verdammte Rechthaber! Drew! Die Leute fliegen aus deinem Büro, als ob sie aus einer Kanone geschossen worden wären. Hast du hier einen Zirkus aufgemacht? Ja, ich hab hier nur Clowns. Was kann ich für dich tun? Ich habe den Verdacht, dass meine Assistentin verschwunden ist. Ihr Timing ist allerdings ausgesprochen schlecht, zumal ein Geschäftsabschluss anhängig ist, der ohne Cassys Anwesenheit zu keinem erfolgreichen Ende geführt werden kann. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie die Oase verließ in Begleitung von Officer Dunnelly. Sag mal, mache ich nun eine offizielle Vermisstenmeldung oder wäre es möglich, den kleinen Dienstweg zu beschreiten? Du weißt doch, eine Vermisstenmeldung kann man frühestens nach 24 Stunden aufgeben. Du bist nicht ganz auf dem laufenden Inspektor. Die neuesten Vorschriften besagen nämlich, dass bei einer Person, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, die Untersuchung sofort aufgenommen werden kann. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Wenn du willst, lasse ich dir die Formulare bringen, die auszufüllen sind. Das war eigentlich von mir nicht beabsichtigt. Dann werde ich dir nicht helfen können. Hör mal, Cruz. Ich mache mir Sorgen um Cassie. Sie benimmt sich in letzter Zeit so eigenartig. Sie stellt Fragen über Helmut Dieter, als wüsste sie, dass er nicht der ist, für den er sich ausgibt. Aber sie ist nicht willens oder in der Lage, mich aufzuklären. Kannst du dir vorstellen, wieso sie Geheimnisse vor mir hat? Glaubst du ernsthaft, dass Cassie mir mehr sagen würde, als sie dir anvertraut? Gute Frage. Und gerade das macht mir Sorgen. Denn sie weiß, wie wichtig dieses Treffen mit Dieter heute ist. Ohne Cassie wird kein Geschäft zustande kommen. Wie du schon sagtest. Oh. Auch auf die Gefahr, in dich mit Wiederholungen zu langweilen, will ich noch einmal zu der Frage kommen. Hast du Informationen, die für mich interessant sind? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo Cassie ist. Aber wenn sie mir über den Weg laufen sollte, werde ich ihr sagen, wie intensiv du nach ihr suchst. Da sage noch einer, es würde sich nicht lohnen, einen Freund bei der Polizei zu haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Inspektor. Und viel Spaß mit den Clouds. Donnelly. Bringen Sie lieber wieder zurück. Was ist passiert? Hier werden viele unbequeme Fragen gestellt und Dieter darf davon nicht erfahren. Hat sie gedroht zu reden? Ja, ich denke, dass wir damit rechnen können. Wir müssen uns schnell was ausdenken, wie wir sie stoppen. Sie muss zwar hier anwesend sein, darf aber nichts verraten. Wie stellst du dir das vor? Was sagt sie zu der Entführung? Wo wollen Sie denn nur hin? Woher soll ich das wissen? Haben Sie überhaupt Geld? Nein. So ein Verbrechen wird nicht gut bezahlt. Aber ich habe mich doch entschuldigt. Haben Sie nicht. Sie haben zugegeben, dass es ein Fehler war. Aber Ihr Bedauern haben Sie nicht ausgedrückt. Ich wusste nicht, dass Sie es so aufgefasst haben. Bitte entschuldigen Sie. Bemühen Sie sich nicht. Augusta Lockridge entschuldigt sich bei dem Mann, der Ihre Schwester vergewaltigt hat. Oder kommen Sie nun doch zu der Auffassung, dass ich es nicht gewesen bin? Wissen Sie, was Sie eigentlich tragen sollten? Sie sollten ein Schild tragen, das Sie je nach Belieben umdrehen können und auf dessen einer Seite steht, er war es und auf der anderen Seite, er war es doch nicht. Sie dämpfen wohl so die Aggressivität, die Sie in sich haben. Glauben Sie, ich würde Ihnen etwas vorwerfen, das Gegenteil trifft in Wirklichkeit zu. Sie haben mir etwas sehr Wertvolles beigebracht. Wie stelle ich es an, die Rainwright-Schwestern zu überleben? Jetzt kann ich alles überleben. Ich schulde Ihnen Dank für diese Lektion. Ich habe da eine Idee, wie wir uns arrangieren könnten. Und wie? Für mich arbeiten, wenn Sie wollen. Ja, und was? Reparieren Sie die Yacht. Das Loch in der Yacht ist fast repariert. Ich besorge Ihnen jemanden, der es fertig macht. Kein Problem. Aber es muss noch mehr erledigt werden. Sie haben doch selbst das Boot untersucht und wissen am besten, was noch zu machen wäre. Nein, nein, nein. Ich habe kein Interesse mehr. Es ist bestimmt nicht als mildtätige Geste gemeint, falls Sie das annehmen. Wissen Sie, was ich denke, Augusta? Ich halte das für ein lächerlich kleines Pflaster, für eine derartig große Verletzung. Oder ist so ein lahmer Job heute vielleicht das übliche Äquivalent, um ein arg strapaziertes Gewissen zu entlasten? Ich biete Ihnen einen Arbeitsvertrag an, Mr. Nichols, und das wär's. Also gut, ich gebe Ihnen sogar einen Vorschuss, damit Sie eine andere Wohnmöglichkeit finden. Aber ich krieche nicht vor Ihnen und bitte Sie kein zweites Mal. Also, wie sieht's aus? Haben Sie den Mut, wieder einzusteigen, oder ziehen Sie es vor, vor Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit zu vergehen? Keine Angst, Inspektor Officer Dannelly hat mir nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Die wichtigsten Sachen habe ich allerdings ganz alleine rausbekommen. Über Officer Dannelly mache ich mir keine Sorgen. Aber über mich schon. Gut, das wird doch nötig sein. Es ist offensichtlich, dass Sie darauf aussehen, Helmut Dieter zu schnappen, und es ist mir auch völlig gleichgültig, wieso. Aber Sie scheinen nicht voraussehen zu können, dass der Verlauf dessen möglicherweise den Capos Schaden zufügt. Also versuche ich natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, dass dies eintrifft. Cassie, wenn Sie wirklich glauben, sich in diese Untersuchung derart einmischen zu müssen, dann würden Sie den Capos mehr Schaden zufügen, als ich es jemals könnte. Ich würde persönlich dafür sorgen, dass Sie wegen Behinderung der Justiz verhaftet werden. Haben Sie verstanden? Ist das alles, Inspektor? Ich denke, das hängt von Ihnen ab. Soll dies ein letzter Versuch sein, die Verhandlungen zu beeinflussen? Mir war bekannt, dass die Capos harte Verhandlungspartner sind. Aber in diesem Fall haben Sie sich selbst ausmanövriert, meine Herren. Wenn Sie es auch nicht beabsichtigt hatten. Es tut mir leid, die Zeit ist um, ich ziehe mein Angebot zurück. Glauben Sie allen Ernstes, wir würden die Verhandlungen so weit vorantreiben, um Sie dann zu diesem späten Zeitpunkt platzen zu lassen? Es sieht ganz so aus. Hermut, wenn dies unsere übliche Verhandlungstaktik wäre, dann hätten Sie das schon vor längerer Zeit mitbekommen. Mein Kenntnisstand ist kein Deut besser als Ihren. Mag sein, aber letztendlich ist es nicht mein Teilhaber, der vermisst wird. Und der unsere wird jeden Moment hier auftauchen. Sie werden doch nicht wegen so einer Lappalie am Rande das ganze Geschäft platzen lassen. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, alle versammelt. Wir freuen uns sehr, dass du es noch geschafft hast. Tut mir leid, wenn ich zu spät komme, aber ich bin... Festgehalten worden? In einer Weise, wie du es kaum glauben wirst. Darf ich? Verzeihen Sie, Miss Benedikt, aber Sie sehen ehrlich gesagt etwas mitgenommen aus. Es gibt doch keine Probleme, oder? Aber natürlich nicht. Welche Probleme könnte es Ihrer Meinung nach geben? Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im Kalifornia-Clan hier bei RTL.